Liebe Schwestern und Brüder, es war kein Zuckerschlecken für Maria, ihr Ja zu sagen, dass der Herr durch sie diese Gnade erwirken kann, dass Gott Mensch wird. Wohl dürfen wir davon ausgehen, dass in dieser Zeit, in der Zeit, wo es auch reif war, dass da viele Menschen erwartet haben, dass der Messias geboren werden würde. Dass auch diese Geburt durch einen Menschen es erwartbar war und vielleicht viele auch sich erhofft haben, wird er in unserer Familie geboren werden. Und da war es klar, dass es eigentlich als Davidssohn nur in dieser Familie des Davids hat sein können, in diesem Stamm. Und dann, als der Engel zu ihr kam und sie erschrickt über die Anrede, weiß sie noch nicht wirklich, was ihr blüht. Vielleicht ist das auch gut so. Ich denke es mir manchmal bei Brautpaaren, da ist es auch manchmal gut, wenn man nicht weiß, was alles in einem langen Leben da auf einem zukommt, würde man dann heiraten. Wir wissen es nicht. Maria spricht ihr Ja in diesem Vertrauen auf den Herrn. Es ist ein Vertrauensakt. Es ist ein Akt, der in diesem Blinden, diesen Schritt zu machen, im Blindenvertrauen, aber nicht negativ jetzt gemeint, im Blindenvertrauen, wenn der Herr das von mir erbittet, dann wird er es zum Guten führen. Doch wird sie dann erleben, diese Schreckenszeiten mit dem Herrn, die Verfolgung schon in Bethlehem, schon da geht es ihm an das Leben. Dann diese Flucht nach Ägypten, nach Hause zu kommen, die Suche nach dem Zwölfjährigen, die Geiselung, die Verurteilung, das Kreuz, bis hin, sie steht unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz ist auch sie diejenige, die weiß, dass dieses nicht einfach eine Schande ist, die da passiert, ein Fehler, sondern sie weiß, dass diese Gnade Gottes sein Machtanspruch ist. Gott macht sich klein, damit wir groß werden können. Er stirbt, damit wir das Leben haben. Er nimmt Leid auf sich, damit unser Leid gewandelt werden kann. So dürfen wir auch mit Maria unser eigenes Leid, das jeder Einzelne ja in unterschiedlicher Weise auch schon erlebt hat, mit ihr betrachten. Das hilft uns dann auch zu schauen, wie geht Maria mit diesem Leid, mit diesem Unrecht, mit diesem Schmerz um. Wie spricht sie wohl über die Verurteilenden? Wie spricht sie letztendlich über uns? Denn wir sind die Verurteilenden. Durch unsere Sünde ist der Herr ans Kreuz gegangen, weil wir uns auch eingestimmt haben in dieses Nein Adams und Evas zu dem Willen Gottes. dass wir beurteilen den Herrn letztendlich immer wieder zum Tode durch unsere Sünde, durch unsere Ablehnung seines Willens, weil unser Wille uns wichtiger ist als der Seine. Maria verurteilt die Menschen nicht, sondern sie leidet wie Jesus an der Not des Menschen, dass er Unrecht tut. Heiliger Augustinus spricht einmal davon, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Das hilft uns, dass wir, wenn wir Maria und die Schmerz Mariens betrachten, eingeladen sind, zu betrachten, wie könnte ich mit Schmerz umgehen lernen? Wie könnte ich mit Unrecht umgehen lernen, das mir geschieht? Wie könnte ich damit umgehen, wenn Menschen mich verleugnen, verleumden, verlassen oder andere Dinge mit mir tun? Wie kann ich da in die Versöhnung und die Verzeihung gehen? Da würden wir sagen, menschlich ist es uns manchmal unmöglich. Das schaffen wir gar nicht, weil es so wehgetan hat, weil es so verletzend ist. Und da zu vertrauen, dass wenn wir uns an die Mutter Gottes halten und sie bitten, hilf du mir, so wie du es getan hast, dann können wir auch singen, drücke deine Wunden, die du empfunden hast, in mein Herz. Das fällt uns sehr schwer zu singen, aber wir verstehen es dann, mit Maria werden wir in uns auch eingepflanzt, diese Weise, dass wir in die Versöhnung, in die Verzeihung gehen können, dass wir diesen Schmerz mit auf den Altar ans Kreuz legen, dass dadurch neues Leben gestehen kann. Maria gebiert unter dem Kreuz mit Jesus gleichsam zusammen die junge Kirche, das neue Leben, das ewige Leben. Amen.